In den letzten zwei Wochen haben wir uns mit der Nasser-Nass-Technik beschäftigt und heute soll der Pinsel mal etwas mehr im Fokus stehen. Für verschiedene Bettwäsche-Designs habe ich diese Zitronen hier gemalt und möchte dir im heutigen Video zwei Versionen vorstellen, wie auch du solche Zitrusrüchte umsetzen kannst und dabei eben ein bisschen über Pinsel erzählen. Nutze für einen lockeren Farbauftrag gern einen weichen Aquarellpinsel, der viel Farbe halten kann. Hier habe ich einen Echthaarpinsel und einen Verwaschpinsel. Beide eignen sich da sehr gut. Wie du siehst, trage ich die Farbe mehr oder weniger mit nur einer Pinselladung Farbe auf und ergänze dann erst einen etwas dunkleren Gelbton für etwas mehr Plastizität, nehme also dafür erst wieder neue Farbe auf. Und das hat folgenden Grund. Beide Pinseltypen sind bekannt für ihre Fähigkeit, viel Wasser und Farbe aufzunehmen und gleichmäßig auch wieder abzugeben. Dies ermöglicht es dir, lange, kontinuierliche Pinselstriche zu ziehen, ohne dass du ständig Farbe nachladen musst. Und die gleichmäßige Farbabgabe ist besonders wichtig für fließende Farbübergänge und sanfte Farbverläufe, die ja in der Aquarellmalerei häufig verwendet werden. Als zweiter Punkt, Echthaar- und Verwaschpinsel haben weiche und flexible Pinselhaare, die sich gut an die Papieroberfläche anpassen. Diese Flexibilität ermöglicht dir präzise Striche und eine kontrollierte Farbverteilung, was ja besonders auch bei detaillierten Arbeiten und feinen Linien ein Vorteil ist. Gleichzeitig erlauben sie dir aber auch breite, schwungvolle Striche für eben größere Flächen wie hier bei unseren Zitronen. Außerdem sind hochwertige Echthaar-Pinsel und Verwaschpinsel in der Regel sehr langlebig, wenn man sie richtig pflegt. Ihre Haare beispielsweise erhalten die Form und Elastizität über einen langen Zeitraum und damit wird dann auch mal ein etwas teurerer Pinsel zu einer doch lohnenden Investition. Falls wir uns übrigens noch nicht kennen, ich bin Christine und arbeite als Aquarellkünstlerin und Musterdesignerin in Berlin. In meinen Malkursen, die ich offline und online gebe, mit meinem Mitgliederbereich, meinen Büchern und meinem YouTube-Kanal hier, möchte ich dir gern zu mehr Wow in deinem Aquarell verhelfen. Abonniere da doch am besten gleich meinen Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Zum Thema Aquarellpinsel gibt es übrigens so einiges Wissenswerte, dass ich hier jetzt in der Tiefe nicht alles aufgreifen kann, aber in meinem Mitgliederbereich gibt es wesentlich mehr zu den vielen unterschiedlichen Aquarellmaterialien zu erfahren. Wenn du Mitglied werden möchtest, findest du den Link in der Videobeschreibung. Hier habe ich jetzt aber noch ein paar weitere Tipps und Infos für dich. Echthaarpinsel bestehen aus natürlichen Haaren, wie Kolinsky Rotmader zum Beispiel, Eichhörnchen oder Ziegenhaar. Diese natürlichen Haare können eine feine Spitze haben und eine große Menge Wasser und Farbe ebenthalten. Verwaschpinsel hingegen können sowohl aus natürlichen als auch aus synthetischen Haaren bestehen, wobei die synthetische Variante oft speziell entwickelt wurde, um die Eigenschaften von natürlichen Haaren zu imitieren. Neben den Verwaschpinseln gibt es natürlich auch Kunsthaarpinsel, die die Eigenschaften eines Echthaarpinsels imitieren. Verwaschpinsel sind in der Regel an der Art der Zwinge zu erkennen, die entweder klassisch zum Beispiel aus Gänsekehl besteht oder etwas zeitgemäßer aus Kunststoff, der mit einem feinen Draht gebunden ist. Meistens sind es drei Drahtschlingen. Sie sind ideal für das Malen großer Flächen und für das Erstellen von Hintergrundverläufen zum Beispiel oder Lasuren. Durch ihre Form der Pinselhaare ist es aber auch möglich, trotzdem du viel Farbe und Wasser aufnehmen kannst, dass du präzise Striche ziehen kannst. Echter Pinsel gibt es in verschiedenen Formen und Größen, darunter klassische Rundpinsel, Flachpinsel, aber auch Fächerpinsel, die jeweils für unterschiedliche Techniken und Detailarbeiten verwendet werden. Falls dich übrigens ein Bereich hier näher interessiert, lass mich das doch gerne mal in den Kommentaren wissen, dann kann ich dazu ja auch mal ein Video erstellen. Zu den zwei Pinseln, die ich hier zusätzlich nutze, findest du Informationen zum passenden Blogbeitrag. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Echthaarpinsel sind übrigens oft teurer als Verwaschpinsel, besonders eben, wenn sie aus sehr hochwertigen, natürlichen Haaren bestehen. Verwaschpinsel aus synthetischen Fasern sind in der Regel günstiger und bieten eine gute Alternative für diejenigen, die jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchten oder eben nach einer veganen Option suchen. Zum Mischen deiner Farbe möchte ich dir raten, am besten einen normalen Aquarell-Rundpinsel, also einen Pinsel mit einer Metallzwinge zu benutzen und am besten auch keinen Echthaarpinsel. Denn dieser Pinsel, der kann auch über die Zeit gern mal ein paar Abnutzungsspuren aufweisen und dann fällt das preislich gesehen jetzt nicht so ins Gewicht. Ich versuche in der Regel nicht mit einem eher hochwertigen Pinsel meine Farben zu mischen, aber im Eifer des Malens passiert das natürlich auch mal hier und da. Meine Empfehlung an dich ist hier, investiere zum einen in einen guten Echthaarpinsel oder Synthetikpinsel, der einen Echthaarpinsel eben imitiert und zum anderen aber auch noch in einen Verwaschpinsel. Falls dein Budget aber beides gerade nicht zulässt, dann starte auf jeden Fall erstmal mit einem Verwaschpinsel. Du wirst merken, dass das wirklich ein ganz, ganz anderes Malgefühl ist, als mit einem herkömmlichen Standard synthetischen Aquarellpinsel. Ich nehme als Verwaschpinsel zum Beispiel gerne den Da Vinci Petite Gris Pure. Ich verlinke dir den auch nochmal unter dem Video. Ich hoffe, diese Pinseltipps haben dir geholfen und dass du nebenbei vielleicht auch ein paar schöne Zitronen gemalt hast. Hast du Fragen oder Anregungen, dann rein damit in die Kommentare. Bunte Grüße und bis bald, deine Christine.